Was ist denn hier so besonders auf dem Kudamm? Auf dem Kudamm? Ja, das habe ich gehört. Zoo. Zoo, ja. Für die Touristen kommen hier zu sehen. Sie haben gesagt, dieses Jahr gibt es da auch Tiere. Weiß nicht, ja? Na, Tiere sind schon da. Ach so, die sind schon da. Wo war dein Urlaub? Ich komme jetzt gerade aus Dortmund. Ich habe gerade nur abgeholt. Hast du schöne Farbe gekriegt? Danke. Was ist das beste im Kudamm? Shopping. Shopping. Hast du zu dem Zoo? Ja, ja. Diese Mal haben sie gesagt, sie haben einen Dinosaurier gekriegt. Wirklich? Ja. Wart ihr auch schon mal im Zoo? Ja. So, ihr seid die, die den Pinguin geklaut haben. Sie sind doch so typisch für, stehen sie für den Kudamm. Kudamm Hopp oder Flopp? Ach, ich bin aber aus Kreuzberg. Nein. Entschuldigung? Ja. Ach so, okay. Was machen sie hier? Ich fahre gerade bei meiner Dame und jetzt fahre ich nach Hause. Bei Ihrer Dame? Ah, sexy time, ja? Ich habe keine Zeit. Zeit, warte? Nein, ich arbeite bei der O-Bahn. O-Bahn? Ah, nichts O-Bahn nimmst du? Nein, nein, ich muss arbeiten. Arbeit? Ja. Du hast viel Geld, oder? Ja. Oh, meine, meine, meine. Das Problem ist, ich habe echt schon gut gekifft. Ja? Hoffentlich kriege ich super Klicks. Also dann bin ich die Attraktion schlechthin, weißt? Wir senden ja weltweit. Ja, ja. Kannst du Englisch oder so? Das wäre cool. Weltweit ist ja super. Kannst du Englisch? Ich bin Deutscher. Ja, okay. Kannst du... Ich bin Deutsch. Deutsch. Ist die Polizei weg? Warte. Wo machst du es denn hier? Oh, woher kommt dieser frische Akzent? Stuttgart. Stuttgart? Ah, Schwabe. Genau. Hier haben wir ja fast keine Schwaben in Berlin. Was macht ihr denn eigentlich? Wir sind eigentlich vom Erdbebenforschungsinstitut Berlin-Schwanau. Das ist klasse, was wir da machen. Ich habe nämlich Hausabitur. Hausabitur? Nein, auch Abitur. Das kürzt sich auch, dass man sich schön und sauber ausdrückt. Warte, warte, warte. Du bist von... Don't tell me. Du bist von Italien? Ja. Ich mache Opera. Opera? Oh, nein. Nicht wirklich. Recitar, mentre preso dal delirio, Non so più quel che dico e quel che faccio. Don't get a party? No, no. Don't get a party? Morgen, in Paris. Felix. Felix. Oh, Felix. Gibt es da gute Frauen? Ja, ja, gute Freunde. Familie, ja. Weil die Frau... Familie ist nicht dabei. Nein, 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 nein. Lego Playmobil Tech Convention wegen den neuen 3D Druckern und der künstlichen Intelligenz. Also war was unterm Weihnachtsbaum mit Lego Spielzeug oder sowas? Nein. Ihr kauft schon Kondome, wa? Wie geht's Ihnen denn heute? Mir geht's gut, ja, danke. Mit Gottes Hilfe. Ja, Sie sehen aber so fesch aus. Sehr schön. Dankeschön. Kommen Sie hier vom Kudamm? Nein, ich komme vom Provinz. Vom Provinz? Vom Provinz? Transe. Transe? Transe Provinz. Was ist Ihr Fachgebiet? Jesus Christus. Oh, okay. Verstehe. Verstehen Sie uns überhaupt hier durch die Ohrhörer oder ist das so ein Verstärker? Das ist Ohrhörer. Ohrhörer. Haben Sie dauernd noch eine Frequenz? Hören Sie da irgendwie so... Ich will nicht sagen Außerirdisches, aber so... Kann man da mit außerirdischer Intelligenz irgendwie oder so ein Spektrum... Vielleicht empfängt man da irgendwie andere Stimmen oder irgendwas? Nein. Nein? Das ist einfach nur für Musik? Ja, nur für Musik, ja. Ach so, ja. Gibt's ja auch Leute, die... Musik mit Text. Musik mit Text. Musik... Also ihr sollt es liken, die Fanpage, ja. Ist das okay so? Ja. Wenn euch die Show gefallen hat, geht auf diesen Facebook-Link, ladet alle eure Freunde ein, die Seite zu liken, erzählt's weiter und wir sehen uns nächste Woche. dass ist ein paar Videos.